Die Ukraine und Taiwan, das sind gerade die beiden Länder, die die Nachrichten beherrschen. Was dabei ein bisschen untergeht, das sind längst nicht die einzigen Staaten, in denen die Situation vorsichtig gesagt kritisch ist. Nennen könnte man dabei zum Beispiel auch den oder das, es geht beides, Kosovo. Ein Land, das vor 20, 25 Jahren ständig in den Medien aufgetaucht ist, über das heute in Deutschland aber kaum noch jemand spricht. Bis Anfang dieser Woche. Da sind vor allem im Netz plötzlich beunruhigende Meldungen aus dem Kosovo aufgetaucht. Von illegalen Straßensperren war da die Rede, von Schüssen und von Konflikten an der Grenze. Zwar hat sich vieles davon schnell als falsch herausgestellt und die Lage hat sich wieder einigermaßen beruhigt. Trotzdem ist der Kosovo alles andere als ein stabiles, ein sicheres Land. Warum das so ist und welche Rolle Russland und die NATO dabei spielen, darum geht es jetzt. Wenn ihr euch bei dem Kartendienst Google Maps den Kosovo anschaut, dann werdet ihr sehen, bei diesem Land gibt es eine Besonderheit, nämlich diese hier. Zwischen dem Kosovo und dem Nachbarland Serbien gibt es als Grenze keine durchgezogene Linie wie sonst, sondern eine gestrichelte Linie. Und warum? Naja, man könnte sagen, Google scheint hier ziemlich diplomatisch vorzugehen. Denn auch wenn der Kosovo de facto ein souveräner Staat ist, mit einer eigenen Regierung, eigenen Streitkräften und eigenen Außenbeziehungen, wird das Land nur von 60 Prozent der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen anerkannt. Auch innerhalb der Europäischen Union gibt es Vorbehalte. Fünf Länder, darunter Spanien, erkennen den Kosovo nicht als souveränen Staat an. Deutschland aber schon. Und genau dieser unsichere Status des Kosovo sorgt für die gestrichelte Linie bei Google Maps. Denn die Länder, die die Souveränität nicht anerkennen, sehen in Kosovo meistens noch als Teil von Serbien. Und damit sind wir schon mittendrin in der sehr komplexen Geschichte dieser gesamten Region. Eine Region, die in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur viele Veränderungen mitmachen musste, sondern vor allem auch immer wieder Krieg. Aber ich würde sagen, immer der Reihe nach. Wir starten mit der Geschichte. Das hier auf der Karte ist das Riesenreich Jugoslawien im Jahr 1990. Ein Land, das eigentlich aus mehreren verschiedenen Ländern besteht, die sogenannten Teilrepubliken. Konkret sind das Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Zu diesen Teilrepubliken kommen auch noch zwei autonome Provinzen dazu, nämlich Kosovo und Volvodina. Jugoslawien ist ein Vielvölkerstaat, der um das Jahr 1990 herum immer weiter zerfällt. Die Folge sind Konflikte, Kriege und auch Unabhängigkeitserklärungen. Am Ende im Jahr 1992 ist nicht mehr viel übrig. Nur noch Serbien und Montenegro, die sich ab 1992 Bundesrepublik Jugoslawien nennen. Ab 2003 dann nur noch Serbien und Montenegro. Und seit der Unabhängigkeit von Montenegro 2006 ist nur noch Serbien als offizielle Rechtsnachfolgerin des alten Jugoslawien übrig. Bis dahin war es allerdings ein extrem komplexer Prozess. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann klickt einfach mal oben auf das I. Dort findet ihr ein Video, in dem es vor allem um die Kriege geht, die in den 1990er Jahren im ehemaligen Jugoslawien geführt worden sind. Jetzt schauen wir aber nochmal auf dieses Land, das ich gerade genannt habe, nämlich Serbien. Und ihr erinnert euch, neben den ehemaligen Teilrepubliken gab es in Jugoslawien ja auch noch die beiden autonomen Provinzen. Kosovo und Volvodina. Wo liegen die genau? Ganz einfach, eben im heutigen Serbien. Auf dieser Karte hier könnt ihr sehen, Volvodina im Norden und der Kosovo im Süden des Landes. Die Volvodina hat eine historisch enge Bindung an Ungarn, der Kosovo an Albanien. Als autonome Provinzen konnten sich diese beiden Regionen im ehemaligen Jugoslawien weitestgehend selbst verwalten. Aber eben nur weitestgehend. Vor allem im Kosovo hat das immer wieder zu Konflikten geführt. Denn nicht immer wurden die Menschen dort von der Zentralregierung in Belgrad so behandelt, wie sie es sich gewünscht hätten. Die Menschen, das heißt in diesem Fall vor allem die Einwohner mit albanischen Wurzeln, die Bevölkerungsmehrheit im Kosovo. Für sie gab es ein Auf und Ab. Zuerst 1963 mit der jugoslawischen Verfassung gab es zwar auf dem Papier eine Autonomie, also Eigenständigkeit für den Kosovo, in der Realität aber eine starke Abhängigkeit von der Teilrepublik Serbien. Dann 1974, durch eine Änderung der Verfassung, hat sich das gewandelt. Der Kosovo konnte sich fast komplett selbst regieren. In den 1980er Jahren allerdings, mit dem langsamen Zerfall Jugoslawiens, ging es wieder in die andere Richtung. Die Regierung Serbiens hat eine Chance gesehen, den Kosovo komplett an sich zu binden und entsprechend gehandelt. In Person von ihm hier. Das ist Slobodan Milozovic. Ein Mann, der in seinem Leben viele Ämter innehatte und der das Schicksal des Kosovo entscheidend mitgeprägt hat. Als Milozovic 1989 Präsident in Serbien geworden ist, war eine seiner ersten Entscheidungen, der Kosovo soll nicht mehr länger autonom sein. Sämtliche Rechte wurden dem Kosovo aberkannt, von Serbien und auch von Jugoslawien. Das Ziel dabei war, die Region sozusagen Serbien einzuverleiben. Unter anderem auch deshalb, weil es im Kosovo in den 1980er Jahren starke nationalistische Strömungen gab, die eine komplette Unabhängigkeit wollten. Serbien sieht in Kosovo aber traditionell als Teil des eigenen Staates an. Für die Bevölkerung des Kosovo hatte die Entscheidung von Slobodan Milozovic weitreichende Folgen. Alle kosovarischen politischen Institutionen wurden aufgelöst. Die albanische Sprache wurde an Schulen und Universitäten verboten und Kosovo-Albaner durften nicht mehr für den Staat als Beamte arbeiten. Alles, was in Richtung Eigenständigkeit des Kosovo ging, wurde komplett unterdrückt. Von Serbien oder von Jugoslawien, wie das Land damals ja noch offiziell heißt. Deshalb sage ich jetzt auch immer Jugoslawien in der Folge. Das wiederum war ein großes Problem für die Kosovo-Albaner. Denn nach ihrem Verständnis war und ist der Kosovo ja ein eigenständiges Gebiet. Zuerst gab es deshalb weitestgehend friedliche Proteste, aber dann wurden diese Proteste gewalttätig. Mit der UCK, auf Deutsch übersetzt die Abkürzung für Befreiungsarmee des Kosovo, hat sich eine paramilitärische Organisation gegründet, die nur ein Ziel hatte. Jugoslawien komplett aus dem Kosovo zu vertreiben und den Kosovo unabhängig zu machen. Entstanden ist die UCK 1994. Zwei Jahre später hat sie dann die ersten Anschläge verübt. Und das Ziel war alles, das für den serbischen, für den jugoslawischen Staat steht. Menschenleben hat die UCK billigend in Kauf genommen. Viele Verbrechen sind bis heute nicht aufgeklärt worden. Allerdings auch viele Verbrechen der anderen Seite nicht. In Jugoslawien schaut sich das Treiben der UCK nicht lange tatenlos an. Am 28. Februar 1998 beginnt ein Krieg, der eineinhalb Jahre dauern wird und die Region in ein Chaos stürzt. Die Kämpfe zwischen der jugoslawischen Armee und serbischen Paramilitärs auf der einen Seite und der UCK auf der anderen Seite werden unerbittlich geführt. So gut wie jede Stadt im Kosovo ist von den Kämpfen betroffen. Mehr als 13.500 Menschen werden im Zusammenhang mit dem Krieg getötet oder gelten bis heute als vermisst. Der größte Teil davon sind Kosovo-Albaner. Und unter den Toten sind längst nicht nur Soldaten. Die meisten Opfer sind Zivilisten. Immer wieder auch getötet in brutalen Racheakten. Besonders in die Geschichte ein geht dabei das sogenannte Massaker von Ratschak. Dabei werden 40 Kosovo-Albaner von Angehörigen der jugoslawischen Armee brutal hingerichtet. Hinterher heißt es, sie wären Kämpfer der UCK gewesen. Aber diese Behauptung entpuppt sich schnell als Lüge. Und genau hier kommt die NATO ins Spiel. Das Verteidigungsbündnis, das nach dem Zerfall der Sowjetunion sozusagen konkurrenzlos ist, sieht es als eine Aufgabe an, den Konflikt zu beenden. Und zunächst soll das noch durch Verhandlungen passieren. Unter Vermittlung der NATO treffen sich Vertreter Jugoslawiens und des Kosovo und handeln einen Vertrag aus. Den Vertrag von Ramboyer. Der sieht eine Kompromisslösung vor. Der Kosovo soll zwar weiterhin zum serbischen Staatsgebiet gehören, allerdings wieder komplett unabhängig sein. Überwachen soll das die NATO, die laut dem Vertrag die Erlaubnis bekommt, in Jugoslawien stationiert zu sein. Und genau dieser Punkt passt Jugoslawien gar nicht. Man befürchtet sicher nicht zu Unrecht, unter Kontrolle der NATO zu kommen. Als es darum geht, den Vertrag zu unterschreiben, ziehen sich die jugoslawischen Vertreter zurück. Die Einigung ist geplatzt. Für die NATO ist damit eine rote Linie überschritten. Keine Zugeständnisse von Serbien? Meldungen über Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung im Kosovo? Da will die NATO handeln. Und sie macht das auch. Allerdings ohne ein Mandat der Vereinten Nationen und ohne, dass der Bündnisfall eingetreten wäre, greift die NATO Jugoslawien aus der Luft an. Zerstört werden vor allem militärische Einrichtungen, aber auch Gebäude von politischen Institutionen. Und natürlich muss man schon fast dazu sagen, kommen auch hier wieder Zivilisten ums Leben. Letztendlich ist der Einsatz erfolgreich. Der Kosovo-Krieg wird im Juli 1999 beendet. Aber bis heute sind die Angriffe der NATO umstritten. Und vermutlich zur damaligen Zeit auch nur deshalb so einfach möglich, weil Russland als enger Verbündeter Serbiens nach einer großen Wirtschaftskrise zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist und überhaupt nicht eingreift. Und wie geht es weiter? Man muss sagen, nicht weniger chaotisch, denn direkt nach dem Ende des Kriegs kommt der Kosovo unter die Verwaltung der Vereinten Nationen. UNMIG wird diese Mission abgekürzt. Die kann allerdings nicht verhindern, dass es 2004 wieder zu Unruhen und zu Gewalt kommt. Die Opfer dieses Mal überwiegend serbische Kosovaren, die überall im Land angegriffen, verletzt und teilweise auch getötet werden von Kosovo-Albanern. Betroffen sind auch Angehörige anderer Minderheiten. Für die Vereinten Nationen ist deshalb klar, auf Dauer kann es nur dann echten Frieden geben, wenn der Kosovo unabhängig ist. Und diese Unabhängigkeit klappt nur mit der Zustimmung Serbiens. Das ist allerdings bis heute nicht passiert, zumindest das mit der Zustimmung. Denn unabhängig ist der Kosovo schon, aus eigener Sicht. 2008 hat sich das Land selbst für unabhängig erklärt. Und mehr als 100 Länder haben diese Unabhängigkeit anerkannt, aber viele eben auch nicht, wie vorhin schon kurz erwähnt. Und wie sieht es aktuell aus? Naja, an der Gesamtsituation hat sich wenig geändert. Der Kosovo sieht sich selbst als eigenständigen Staat und arbeitet auch so. Serbien erkennt diese Eigenständigkeit aber nicht an und sagt, nein, dieses Gebiet gehört zu uns. Das ist unser Staatsgebiet. Betroffen sind von diesem politischen Hin und Her rund zwei Millionen Menschen, die im Kosovo leben. Knapp 90 Prozent davon sind albanischer Abstammung. Sieben Prozent aus Serbien und der Rest verteilt sich auf kleinere Minderheiten. Die beherrschende Religion im Land ist der Islam. Knapp 96 Prozent aller Kosovaren sind Muslime, im Gegensatz zum deutlich christlich geprägten Serbien. Auch das spielt im Hintergrund sicher eine Rolle. Komplett souverän, komplett eigenständig ist der Kosovo bis heute nicht. Denn noch immer sind im Rahmen der sogenannten KFOR-Mission knapp 3500 Soldaten der NATO im Land, darunter auch Deutsche. Außerdem hat die Europäische Union einen großen Einfluss auf den Kosovo als mit Abstand größter ausländischer Geldgeber. Und auch die Vereinten Nationen haben bei wichtigen Entscheidungen ein Wörtchen mitzureden. Und Geld ist generell auch ein schwieriges Thema. Wirtschaftlich liegt das Land am Boden. Mit einer sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit, knapp 50 Prozent. Kaum Industrie und kaum Möglichkeiten nach außen zu handeln. Unter anderem deshalb sind in den vergangenen 15 Jahren fast ein Drittel aller Kosovaren aus dem Heimatland ausgewandert. Vor allem gut qualifizierte Kräfte. Das alles müsste gar nicht sein, wäre der Kosovo Mitglied der Europäischen Union. Dann nämlich wäre das Land Teil der europäischen Freihandelszone und könnte außerdem von vielen Subventionen profitieren. Das Problem dabei ist allerdings, Mitglied darf der Kosovo erst dann werden, wenn der Konflikt mit Serbien beigelegt ist. Das gleiche gilt umgekehrt auch für Serbien, das auch EU-Mitglied werden will. Aber während Serbien mit Russland einen sehr starken Partner hat und nicht so sehr auf die EU angewiesen ist, sieht die Situation für den Kosovo ganz anders aus. Dort braucht man dringend Fortschritte. Die Serbien aber immer wieder indirekt verweigert durch die Nichtanerkennung. Zwar haben sich die beiden Länder in den vergangenen Jahren in einigen Punkten angenähert, aber eine komplette Einigung liegt immer noch in weiter Ferne. Und genau da ist auch die Konfliktlinie. Serbien hat einerseits kein großes Interesse daran, dass es dem Kosovo besser geht und der Kosovo wiederum sieht Serbien als Gegner an. Immer wieder kommt es zu Diskriminierungen der serbischen Minderheit im Land. Und übergeordnet geht es dabei um noch viel mehr, wie so oft. Der Kosovo gilt in Russland als Konstrukt des Westens. Bis heute wird das Land von Russland, aber zum Beispiel auch von China nicht anerkannt. Stattdessen arbeiten beide Länder eng mit Serbien zusammen. Serbien beteiligt sich auch nicht an den westlichen Sanktionen gegen Russland. In Serbien hat man bis heute nicht vergessen, dass man damals ohne UN-Mandat von der NATO angegriffen worden ist, die ja jetzt auch im Ukraine-Krieg eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite steht eben diese NATO, angeführt von den USA. Die ist im Kosovo immer noch stark engagiert und sieht es gar nicht gerne, wie nahe sich Serbien und Russland stehen. Es heißt also, im Grunde haben wir hier wieder die Konfliktlinie, die gerade die halbe Welt teilt. Russland auf der einen, die NATO auf der anderen Seite. Große Sorgen gab es deshalb, als Ende Juli plötzlich Meldungen über neue Konflikte im Kosovo aufgetaucht sind. Serben haben dort im Norden Straßensperren errichtet und Grenzen blockiert. Es soll auch geschossen worden sein. Der Grund dafür war ein Beschluss der kosovarischen Regierung, demnach alle Serben ihre serbischen Kennzeichen austauschen müssen. Und künftig sollen sie beim Verlassen des Landes ihre Papiere abgeben und nur mit einem vorläufigen Dokument passieren dürfen. Serbien macht es umgekehrt genauso. Deshalb sagt der Kosovo, das können wir auch. Trotzdem haben diese Pläne, obwohl das dann auf beiden Seiten gleich wäre, für große Empörung in Serbien gesorgt. Auf Vermittlung der EU hin hat die Regierung des Kosovo erklärt, dass die neue Regelung erst ab September gilt und die Situation damit dann erst einmal beruhigt. Aber der grundsätzliche Konflikt, der bleibt natürlich. Serbien und Kosovo, eine Einigung ist nicht absehbar. Was also sollte unternommen werden, damit richtig Ruhe in der Region einkehrt? Ganz klar ist, egal welche Lösung gefunden wird, klappen kann das nur dann, wenn sowohl Serbien als auch der Kosovo zustimmen. Es muss also etwas sein, bei dem beide Länder ihr Gesicht wahren können. Eine zentrale Rolle hat dabei die EU, bei der beide Länder ja Mitglied werden wollen. Die EU könnte durch ein attraktives Angebot mit einer Perspektive zu einem schnellen Beitritt dafür sorgen, dass Serbien doch noch einlenkt und die Souveränität des Kosovo anerkennt. Gleichzeitig müsste der Kosovo den Schutz der serbischen Minderheit garantieren und noch einige andere Dinge. Das klingt jetzt erstmal ganz logisch, aber einfach ist es natürlich nicht. Vor allem vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen der NATO und Russland, der sich immer weiter zuspitzt. Und wo wir gerade bei Russland sind, das noch kurz am Rande. Russland führt den Kosovo immer wieder als Beispiel dafür an, warum der Osten der Ukraine sich durchaus für unabhängig erklären darf. Nadimir Putin, der russische Präsident, sagt, das kann man gut vergleichen. Gleichzeitig sichert er Serbien seine Unterstützung zu. Einige Beobachter gehen deshalb davon aus, dass Serbien mit russischer Hilfe eventuell den Kosovo angreifen könnte. Das wiederum würde aber einen direkten Konflikt mit der NATO hervorrufen und könnte zu einem großen Flächenbrand werden, den niemand will. Das heißt, an einer friedlichen Lösung führt kein Weg vorbei. Aber was denkt ihr denn? Wie könnte man die Situation lösen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr außerdem noch ein Video des neuen Kanals Crisis hinter der Front. Darin geht es um die schwierige Lage für die Menschen in Afghanistan, ein Land, das auch gerne mal vergessen wird. Und außerdem etwas vom Kanal MrWissen2go Geschichte zu den Jugoslawienkriegen, vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Bitte bleibt fair in den Kommentaren. Danke dafür, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.